Ja, rein anatomisch, wie kann man, wie kann, wir haben denn Dino-Sex, guck dir das doch mal an, das ist doch so ein fetter Schwanz hier, wie, wie, ja, guck dir das doch mal an, ey, das, das, wie, wie soll denn das gehen, legt der sich auf dem Rücken, oder was, und der andere legt sich drauf, oder wie, wie, wie bei Menschen, oder was, erklär mir das mal. Okay, war der nämlich auch auf, oder? Na, da ist er, das Ding, wuuu! Yeah! Spoik, Spoik, Spoik! Spiegel, Spiegel, Spiegel! Spiegel, 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 äh, äh. Vor allen Dingen geile rote Augen, ne? Ja, cool, ne, die Färbung gefällt mir auch, kann man den Dino auch anmalen, irgendwie? Ne, nur, nur einen Sattel, dann kannst du richtig bunt machen. Ja, guck mal, ich habe hoch, komm, warte mal. Sattel hat, glaube ich, sechs, sieben Zonen. Ja, aber wie geht denn das jetzt? Ja, rein anatomisch, wie kann man, wie kann, wir haben denn Dino-Sex, guck dir das doch mal an, das ist doch so ein fetter Schwanz hier. Wie, 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 ja, aber guck dir das doch mal an, ey, das, das, wie, wie soll denn das gehen? Legt der sich auf dem Rücken, oder was, und der andere legt sich drauf, oder wie, wie, wie bei Menschen, oder was? Erklär mir das mal. Ich würde jetzt, ich würde jetzt nochmal sagen, wir machen jetzt, ähm, zehn... So, jetzt drehe ich mich auch auf. Okay, haben wir irgendwo noch Schleudern, dann machen wir unten den Level 8 noch, da geht's relativ fix. Äh, wenn jemand Leder dabei hat, kann ich schnell ein paar craften. Ne, das Leder ist oben noch. Aber ich habe, ich habe zehn Leder dabei. Ja, dann her damit, dann kann ich ein paar craften. Alter, wie geil ist das denn, äh, oh mein Gott, wie viele Bären ich da sammle. Ja, ist cool, ne? Ich bin gleich echt ein Steifen. Abwarte, geil. Na, habe ich dir zu viel versprochen, oder habe ich dir zu viel versprochen? Du hast mir sogar noch fast zu wenig versprochen. Ich krieg gleich einen Steifen. Jetzt, wo ich das sagen, mit dem Stego holst du dir nochmal dreimal so viel raus. Uh, wie das aussieht, ey. So, wer will jetzt einen Steinschleuder? Hier, ich. Ich, ja. Oh, ich habe auch noch, ähm, ähm, Dings. Ach, bitte, ähm, du dir selber einen Gefallen, komm mal bitte her. Warte, ich muss da die Bücher jetzt noch machen. Was ist? Ich habe 32 Steine. Subin, äh, ich muss gleich mal gucken. Geh mal kurz rüber, ich will euch was zeigen. Aua. Ich habe sich getroffen. Ich habe irgendwo hingezielt. Hey, komm mal mit, ich muss euch was zeigen. Ja, ich renne auch dir hinterher, du lachen. Sehr schön. Fühl mal auf, fühl mal auf, Bain. Bain, fühl mal auf. Okay, okay. Steck mal ab. Ja. Steck mal ab von der dritten Kugel. Und jetzt geht doch mal ran und drückt immer E, E gedrückt halten. Und dann habt ihr links unten, äh, Zirkel zu Neutral. Ja. Macht das lieber bitte neutral, sonst greifen die alles an, was auf drei nicht auf den Bäumen ist. Und wenn ihr angegriffen werdet, greifen die auch an. Wenn ihr ein Tier sehen wollt, wie wir jetzt gleich, macht ihn passiv. Dann greift er nur an, wenn du drückst. Okay. Weißt du, jetzt machst du eine Betäubung und das Vieh bringt das rum. Verstehst du? Mit der Maus, Pillow, mit der Maus lenkst du, ja, da wo du hinguckst, da, da läufst du auch dann hin. Äh, macht ihn bitte noch passiv, wir wollten ja gleich, ich wollte ihm das Vieh noch machen. Achso, okay, könnt ihr das, wenn ich da oben drauf sitze? Geht das? Nee. Oder muss ich runter? Okay. Dann musst du runter, ja. Ja, ist doch, Cycle Aggression, achso, du passiv, okay. Müsste sein, oder? Äh, jetzt kannst du wieder drauf, ja. Jetzt kannst du wieder drauf, ja. Dann macht er nämlich nichts, weißt du? Und mit linker Maustaste, ähm, greift du quasi das an. Ja, 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 ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und, ähm, drücke mal F, ähm, schau mal, wie viele Bären haben wir denn jetzt eigentlich schon? Sau viel schon. Über 100, über 200 blaue, 56 lila ne, 40 rote, 50 gelbe. Jetzt, jetzt überlege mal, jetzt ist 17 von rechts nach links gelaufen, ne? Ja, ohne Mist, ey, ohne Mist. Hier hast du nicht mal viele Büsche, ne? Das ist ja das nächste, ne? Inhal von zwei Minuten, ey. Das Richtige. Dann wollen wir mal hier unten, das ist viel noch tame hier, ne? Ja, ich hab noch Dings, warte mal, ich hab noch, ähm, äh, 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 wo war denn der Level 8, wo, äh, wo war denn, das war da hinten? Keine Ahnung, wie war denn hier jetzt mal? Ja, ich denk mal, 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 die sind oben auf der, auf der Lichtung, sind die wahrscheinlich. Da oben sind noch welche, ach mal hier. In der Ego-Perspektive ist es ziemlich schwer, das Vieh zu steuern. Boah! Hier ist noch ein Level 26. Ne, 36, Quatsch, ich vergesse. Ja. Du kannst auch, wenn du, ähm, was wir gleich mal testen können, ist eigentlich auch guter Tipp von von hinter mir. Ähm, wenn wir gleich den angreifen, einmal E drücken, dann steht hier auf den Dino oben, dann schießt du von oben. Er ist groß genug, dass du draufstehen. Hier ist, hier ist ein Level 16. Wollen wir den? Ne, man hat noch von 10, 18, da geht noch schneller. Wo sehe ich denn die, ach so, da oben, oben rechts sehe ich die Stamina vom Dino, okay. Also ich hab die jetzt. Die haben keinen Durst, das ist ja krass. Nein, die haben keinen Durst, nein, die haben keinen Durst. Nein, nein, die haben keinen Durst, die nicht. Also hier oben ist nur ein Level 16er und ein 36er. Wo seid ihr denn es hin? Auf die Lichtung, oder was? Auf die Lichtung hoch, ja. Ich komme angaloppiert. Ja, aber du lieber weiter weg. Auf uns war doch ein Achter hier irgendwo, bin ich mir so ziemlich sicher. Ja, aber der ist vielleicht auch schon weg. Vielleicht haben wir hier irgendwo auch wieder so ein Dings, äh, wie heißt das, äh, so ein, äh, wie kriegen die eigentlich Level ab? Mit XP, also du, du, du tust doch jetzt diese, diese, äh, Sträucherfarben, dann kriegst du die Hälfte und dann die nur die Hälfte. Wie kann ich nochmal das Inventar angucken, mit F, ne? Ja, mit F, mhm. Ja, wir haben jetzt 84 Rote, 74 Lieder, ne? Über 300, warte mal, ich esse davon ein paar, ich hab ja nicht Hunger. Ist halt doof, dass du nicht sagen kannst, use all Items, ne? Ich hab ein Level 4 hier oben, kommt ihr? Level 4, okay. Level 4, äh, äh, seh, könnt ihr mich sehen, ungefähr meine Schrift? Rechts, rechts, rechts. Ja, ich muss erst, ich muss mir erst mal noch Dings holen. In den Wald? Water. In den Wald. Ja, lock ihn doch schon mal runter, lock ihn doch schon mal runter. Aber leider ein Männchen, aber das macht ja nix. Ja, wir sind ja auch. Ist doch so egal. Hallo. Wir können mir immer so noch im Weidchen ziehen. Was war, was war hier unten in den, in den Wäldern noch, in den, in den, in den Räumen, der, der Trike? 28, das muss ich sein. Ja, 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 okay, nee. Ja, aus dem Weg, doch blödes Tier. Wo bist du denn? Lockst du ihn schon runter? Nein, noch nicht. Ich bin hier auf der Nichtung, oder? Der eine ist 44, den greift man bitte nicht an. Bist du denn? Seh dich nicht. Warte mal, ich, äh, ich bin in, hinter dem... Ich bin bei dir, ich bin bei dir dann. Ich hab auch Narkosepfeile. Okay. Hä? Ich bin jetzt, links von mir ist jetzt das Tor für unser Dingens. Nee, nee, weiter rechts, weiter rechts, runter in den Wald. Auf dem Berg. Auf dem Berg, ja. Ich schießen jetzt, ja? Okay. Kann ich mit dem Trike auch was machen, oder macht ihr das jetzt alleine schnell? Lass ihn weiter wieder hier runter, runter locken, ja? Hier sind ganz viele Bücher, die farben mich mal ab. Mich haben, äh, mich haben, äh, mich haben, äh, Dings angegriffen. Fliegen? Ameisen. Ist einmal gedrückt, alle tot, ne? Ist er, ist er da, und dann packt er grad rum. Ach, wieso kann er nicht, warum kann er nicht laufen, warum kann er nicht laufen? Wenn du den jetzt kaputt machst, Bello. Die greifen mich doch an, was soll ich denn machen? Wo bist du denn? Im Wald, wo ihr gesagt habt, ihr seid aber nicht da. Alter, ey, ohne zwei Minuten hast du das Ding. Ja, was kann ich denn dafür? Ihr sagt, ich soll in den Wald rennen, aber ich renne in den Wald. Kann er die Viecher auf dem Boden auch angreifen? Einfach, einfach links drücken, aber, ähm, wenn du zu oft Stamina, wenn du keine Stamina hast, dann greifst du zu oft an, wird er bewusst los. Wo bist du denn? In welchem Wald, in welchem Wald dann? Ich hab, glaube ich, alle getötet. Super. Ja. Super. Ne, ähm, da müsst ihr wirklich aufpassen, dass hier, äh, nicht alle, wie kann ich von dem... Nicht alle Stamina, nicht, nicht alle Stamina wegrennen. Ähm, ähm, was soll ich, was soll ich dem, äh, an Level abgeben? Äh, HP. HP? Ja, das ist glaube ich das Wichtigste. Bist du ungefähr 1000 HP und dann kannst du auf, äh, Dings gehen. 1000 HP ist schon für den Bereich hier okay. Komm mal, komm aber mal hierher mit den ganzen Bären. Äh, hierher ist gut. Ich bin grad dahin gelaufen, wo ihr gesagt habt, ich wurde angegossen. Ich bin genau auf der Lichtung. Ich bin genau auf der Lichtung. Links von mir ist, ist das Häuschen. Welches Häuschen? Ja, die Tür, die Tür von uns. Ach, ähm, ähm, hier unten, wo wir vor uns den anderen gethamt haben. Guck mal, in die Richtung, da, 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 da. Ach, ich soll da, ach, da seid ihr. Dann kommt Glückwunsch. Haben wir aneinander vorbei? Nee, 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 Piloten, du triffst doch keine Schuld, weil es will. Wie sagt ihr, ihm trifft alle Schuld? Nein, du, wirklich, wenn ihr im Wald unterwegs seid, nie das ganze Stamina aufbraucht. Wenn nämlich die Viecher kommen und ihr habt kein Stamina, der greift zwar an, aber da wird mit der Zeit dann bewusstlos. Und dann fällt das Ding um, dann hast du ein Problem. Hat der jetzt geschissen oder was? Der bleibt stehen, um zu scheißen, die blöde Sau. So, was soll das? Können wir dem danach Stamina und sowas geben, weil der verliert extrem schnell, äh, ich meine, der lädt das auch sehr schnell wieder auf, aber. Du hast doch oben rechts, du hast dann oben rechts, wie bei uns, gibt es da so, äh, solche Sternchen, wo du es siehst. So, könnte ich das rausnehmen oder muss ich jetzt wieder? Ja, nee, 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 reicht, wenn du hier stehen bleibst, dann können wir das rausnehmen. Wie kann man das machen? Äh, Access Inventory. Eee, genau, ja. Nimmst du, aber nicht alle Bären, nicht alle, äh, Majo, vielleicht, äh, der Hälfte oder so. Macho-Bären hast du? Ja. Also ich hab noch vier, vier Fleisch, wenn ihr welche haben wollt, ne, hier, äh, zum, machen. Das ist mal hier, neben Brain liegt das. Ähm. Äh, hier links, äh, rechts neben, neben den Link, also von dir aus links. Okay, ja, hab's gesehen. Ah. Ja, ich hab hier wieder vier Macho-Berries. Brain, kommst du her, bist du rein, die Macho? Oh, weißt du, was ich mit den vier jetzt mache? Ich werd diese, äh, diese, äh, heißt das hier, diese Trinobiten vielleicht töten. Dann hab's so, ich kann nicht den ja level up'n. Welche Trinobiten, das ist ja, aber dieser Stößer, den Krieg noch weg. Ja, aber die Viecher sind ja nicht so stark. Ich hab grad die Ameisen auch easy getötet. Ein Schlag. Ja, natürlich, das Ding hat Power. Ich weiß nicht, wie viel, ähm, HP, wie viele Milidamage hast du denn? Äh, äh, ja, 100% glaub ich, oder? Warte mal. Milidamage hat der, ne, 183,9%. Siehste, und wir haben jetzt hier einen Trike Level 4. Und Bane, guck mal bitte rein. Ja. Wie viel Prozent hat der? Wie kann ich da reingucken? Einfach auf, ähm, ja, einfach einklicken mit E oder mit F. 100% hat der. Siehste, das meinte ich, das ist Level 4 und du hast, wir haben jetzt hier ein Level 28, also merkt ihr den Unterschied vom Level, ja? Ja, ja. Macht schon Sinn, ja. Ja, macht schon Sinn und dann haben wir dann hier einen zweiten, haben wir überhaupt noch genug Leder für, wenn ich, ich gucke, jeder schon mal Lederfarm, also der hier ist weniger das Problem. Wir haben noch genug Leder, wir haben noch genug Leder. Definitiv, da brauche ich gar nicht nachgucken. Ich hab auch schon wieder vier Spoiled Meat, also. Boah, der schleudert hier aber extrem weit weg, ne? Das bringt ja echt nichts. Gut, so. Also der schleudert hier extrem weit weg, das ist ja nicht normal. Dann geh ich jetzt schon mal hoch und mach wieder einen Sattel, ja? Ja, kannst du machen. Gut. Na, 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 na. Kann ich die Fackel eigentlich benutzen? Ja, geil. Und wenn du jetzt mal E drückst, dann steigst du nur auf den Dino oben auf und dann kannst du auch mit drei Bogen oben ausschießen. Wie geil ist das denn? Ah, ich bin runter, ich bin runter, aber warum, rennt er hin, rennt er hin, rennt er hin, rennt er hin? Was ist das? Wrennt er hin? Warum rennt er denn da hin? Achso, guck mal, Following, da ist doch meine Following eingestellt. Da willst du Papa zurück. Warte mal, gehst du mal drauf und drückst rechts unten Following an, dass er dir folgt. Jawohl, nice. Dass du wieder zurückkriegst. Wurde Papa. Ich denke mir so, warum rennt er auf einmal weg? Was soll denn das? Würde ich auch. Papa, Papa, Papa. Das ist ganz gemein für mich. Da brauchst du Lichtern? Ich leuchte dich ein bisschen. Also wenn du noch ein paar Bären brauchst, sag Bescheid, ne? Jo, du kannst sowieso, ähm, da kannst du Anakose bieren, ne? Ja, genau. Das ist immer recht. Äh, ich will keinen Flächenschaden machen. Ja, weil jedes Mal, wenn du Schaden machst, am Vieh, dann geht das Timing runter. Das ist mir schon klar, deswegen habe ich das ja woanders gemacht. Ja. Ich weiß ja nicht, wie groß der Idee ist. Bei mir ist gerade zu Hause, jetzt würdest du ihn gerade besteigen wollen, ne? Das eine Menschen gesteigt, das andere Menschen. Ordentlich nicht. Er hat auch ein Pluslevel, ne? Der andere müsste dann auch, äh, 37 sein, anstatt 6. Ne, warte mal, wie heißt denn? Ne, 30 ist das schon, ne? Meiner? Ja, stimmt. Ähm, wenn ihr tamt und es geht gut, dann steht da unten plus 1, plus 10, plus 40, je nachdem, welche Stufe. Und das heißt? Er kriegt da, wenn er getamt ist, kriegt er die Stufe hinzu. Also da war er von 6. 28 plus 1 ist er 29 gewesen und nochmal plus 1 ist 3. 30, ne? Deiner, jetzt Spike, zum Beispiel. Wenn er plus 10 steht, wenn er getamt ist, dann kriegst du plus 10 Level dazu. Mhm. Hm, wir brauchen einen Raptor. Dusseh, also Raptor kannst du mit einem, kannst du mit einem Strikeboot fahren, weil wenn er passiv gestellt ist, dann greift er den an, dann kannst du ihn betäuben. Ein ansonsten umdringendes Vieh. Ich habe einen Level 40 Vieh getötet, hier so eine Libelle. Oh, Killer. Ja, ich will ihn ja ein bisschen ableveln hier. Wie ist er kaputt? Der geht so schnell nicht kaputt. Ich habe gerade 8 Ameisen auf einmal getötet. Ameisen. Du siehst, du siehst auch hier, der zum Beispiel hier, der Level 4er hat nur 295 Narkose, ne? Der andere hatte 665. Brauchst du noch ein paar Beeren? Ich habe wieder ein paar. Ja, immerhin damit. Ja, 15 Narkosebeeren und ein bisschen... Soll ich dir noch eine Narkopaste mitbringen? Narkotikum meinst du? Ja. Ja, gerne. Sind die im Dino drin? Ja, ja. Klar, natürlich. Ich bin wieder eingeschlossen. Dankeschön. So. Piep. 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 Alter, was denkt man, ich will jetzt gerade wieder so. Ja, jetzt geht's weiter. Ich will jetzt auf den anderen Dino da köppen. Full Z. Er kann nicht. Er kann nicht. Wollen. Na, er hat auch schon geschissen. Wie? Guck mal, dreht ihn um. Hallo, dreht ihn um. Guck mal da. Na ja, direkt vor die Nase. Direkt vor die Nase. Na, wachst du denn da nicht auf? Das ist natürlich ein Narkotikum, wie die Scheiße. Nicht, dass er sich gleich übergibt und da einfach so eine rote Pfütze da ist. Ja, wel. Der kann nochmal Holzgut fahren, wie das Vieh. Der Standard, ne? Oder der Anfangs? Ne, der Groß mit dem langen Hals, oder? So, ich habe bis jetzt nur hauptsächlich die gehabt, die haben hauptsächlich die Bäume geschält. Also die haben hauptsächlich Tätsch als mehr Wut gebracht, ne? Jetzt habe ich eine scheiß, scheiß, äh, fliegende Ameise hinter mir wieder. Ja, warte, komm zu mir her, ich töte die. Fliegende Ameise? Ja, die, eine, eine Hit. Guckst du denn? Ich bin hier die leuchtende Fackel. Habe ich sie abgeschüttelt? Ich kann den leider nicht hinterher springen. Die leuchtende Fackel bist du. Ja. Ach, hier. Ich sehe aber nichts vor dir. Was ist sie denn? Ne, direkt vor mir. Ja, rein mal zu mir in meine Richtung. Ja, 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 ja. Müsste genau hinter mir sein. Ja, ja. Ja, tot. Boah, ich werde, wie weit sind die geflogen? Ist auch geil bei, bei Spucker. Wenn du Spucker angreifst, die kommen gar nicht zum Spucken, weil die werden nochmal weggestoßen. Hast du gefunden? Ja, ja. Du hackst davon in die Luft. Ich habe wieder ein paar Bärchen, ne? Nein, jetzt hängt sie gerade an. Ja, ja, okay, warte. Hol ich die gerade raus. Ich muss dann gleich ein bisschen mehr Stamina geben. Durch das Töten von den Viechern bin ich gleich schon wieder ein Level ab. Das ist ja richtig nice, ne? Das macht so viel Spaß mit dem Saurea. Ne, ich habe gerade gekackt. Sehr gut. Wie gesagt, mit Dino, da macht es einfach auch mehr Spaß, ne? Weil du hast auch mehr Möglichkeiten. Du kommst vor allem mal durch den Wald ohne anfliegen oder Drohnen zu verrecken. Ja, das komme ich auch so, aber es dauert halt länger, bis sie tot sind. Du musst aufpassen, wenn ihr ein T-Rex seht. Bitte nicht anlegen, ne? Ja, die sind meistens auch Level... Ja, aber die sind ja meistens Level 50 oder so. Wie kannst du so ein T-Rex auch so, wie wir die jetzt getamed haben, auch? Ja, ja, Narkosepfeile ohne Ende wahrscheinlich drauf und dann, äh... Drei Stunden, vier Stunden warten. Richtig, mit drei bis... Ja, oder du baust halt eine Mauer und gehst dann halt dahinter irgendwie in Stellung und der greift dann halt die Mauer an, ne? Und dann... Okay. Brauchst aber eine starke Mauer wahrscheinlich. Dir kann so eine Steinmauer sicher kaputt hauen. Ich hab wieder ein paar Bärchen. Wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, wo... Boah, alter Schwede. Das ist übel, ne, wenn der mal läuft. Wenn du dich nicht bewegst, eigentlich brauchen die kaum Nahrung. Okay. Nice. Wir haben genug blaue Bären, die einfach reintun. Du unkollegiale Sau. Was denn? Du hättest ja jetzt nochmal absteigen können, ne? Du hättest ja nochmal absteigen können. So. Man. So. Wo laufen wir denn mal hin? Ich hab ja hinten sind viele Bücher. Level ist ab... Available. Nice. Ich bin draufkriegen. Level ab. Wie geht das mit F auch? Ja. Okay. Und Stamina erstmal, ne? Bis wir 1000 haben. Stamina oder half? Äh, Leben bis 1000. Ach, Götzchen, ja. Alles klar. Stamina, damit wir endlos weglaufen können, auch wenn es uns nichts nutzt. Auch wenn du einmal getroffen bist und tot bist. Die Frage, ähm, gut, da oben, der ist ja bereit, der Diener, das war jetzt am 10. Zattel ist ja, das zweite ist auch kein Problem. Ist jetzt die Frage, äh, bautechnisch, ähm, brauchen wir Holz, äh, wollen wir erstmal nochmal Bären, dass wir das Narkotikum, am besten sammelst du ein paar Bären, dass wir das Narkotikum für die nächsten Tiere halt ein bisschen auffrischen, ne? Hm. Narkotikum, äh, kann ich verfaulen, oder? Nein, geht nicht. Kann ich verfaulen. Ähm, dann würde ich sagen, dann mache ich mich weiter an die, äh, an den Mauerbau. Ja. Ähm, mit den Steinen. Nur. Brain hast du dein, äh, hast du deine Brillen-Skill auf diese, auf diesen Reiz, auf diesen Sattel gezogen? Was denn, was? Du hast du zum Brillen-Skill in deinen Inventar, ne? Ein Brillen-Skill? Dann nehmen Mut, wahrscheinlich, Item-Skin. Dinoglaser-Skin. Dann, äh, nimmst du, ähm, da müsst ihr aber nochmal absteigen. Ja, und dann? Dann, äh, machst du erstmal Following rein, dass er dir folgt, sonst seid ihr nämlich weg. Nein, der rennt weg. Wie geht denn das? Wie geht denn das, Following? Granul drückst, ähm, dass er dir folgen soll, bitte. Ich kann nicht deine sammeln. Hm, sieben Steinen hat mir das. Ähm, wo geht's? Rechts unten, rechts unten. Rechts unten, order enable following. Achso, der ist jetzt mir entgegengelaufen, oder was? Ja, der ist dir entgegengelaufen, ja. Jetzt, dann tust du den Sattel nochmal abnehmen. Change, äh, da-da-da-da-da. Einfach im Inventar, ein F, einfach runterziehen. Achso, okay. Einfach dein Inventar ziehen? Hast du? Ja. Okay, und dann einfach die Brillen anklicken, dann leuchtet der Sattel grün und draufklicken. Ah, was sagt denn die Zeit? Zeit sagt, äh, es ist, äh, ach, willst du die Zeit zum Aufnehmen, oder die richtige Zeit? Nee. Ja, ich hab jetzt, ich hab aufgehört schon. Achso, ja. Ähm, dann mach ich das auch mal. Komm mal vorne, komm mal jetzt vorne hin. Nice, sehr nice. Tschüss, tschüss. Tschüss.